Eine weitere Frage ist zum Formatsystem. Was ist der Unterschied zwischen Warum-Fragen und Wozu-Fragen? Warum-Typen, Verhaltenstypologie, Warum-Typen und Wozu-Typen? Warum-Fragen? Fragen immer nach Gründen. Und Gründe liegen immer in der Vergangenheit. Wozu-Fragen? Fragen immer nach Absichten und Zwecken. Und Zwecke und Absichten liegen immer in der Zukunft. Das heißt, warum ist immer in der Vergangenheit? Wozu ist immer in der Zukunft? Und im Deutschen haben wir das Glück, dass wir eben zwei unterschiedliche Worte dafür haben, nämlich Warum und Wozu, während im Englischen nur ein Wort dafür vorhanden ist, im Wesentlichen nämlich das Why. Und im Deutschen können wir das sauber unterscheiden und ich empfehle dir das genau zu tun, weil ein Grund für etwas ist immer weg von etwas zu gehen und meine Absicht ist immer hinzu auf etwas zu gehen. Das heißt, ein Warum und ein Wozu initiieren unterschiedliche Bewegungsrichtungen. Warum Gründe weg von etwas? Warum ist die Situation so? Warum ist es so schlecht? Warum hat sich das so und so ergeben? Warum ist das zustande gekommen? Warum empfinde ich das so? Weg von er. Wozu er hinzu? Was möchte ich? Was ist meine Absicht? Was soll in der Zukunft sein? Darum empfehle ich dir hier, sehr sauber zu unterscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.